Ja, Hottikaut. So, weiter geht's. So, lauter Butler. Da haben wir einen Haufen Erz, von dem wir uns leider nicht mit dienen können. So, schauen wir mal, ob wir da mit jemandem rennen können. Ja, doch. Was machst du hier? Ich jage meinen Crawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Aber immer doch. So, wer das? Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Liene gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer erwache! Lass mich vorbei! Lass... Lass... So, bin haben wir da? Ein Orkssklave. Gattist! Ja, ach... So... Ja... Wir müssen uns irgendwie auf die Suche bringen. Lass mich mal von dem Nestmacher. So, wie viele Eingänge gibt's denn? Zwoa. Komm mal! Doa! Komm mal! Doa! So, jetzt haben wir noch einen Bogen gefunden. Schauen wir gleich mal. Aber klar... Ist schwächer als der Langenbogen. Also... Ich nehme mal einen Nick her. Und erst einmal noch... Unser Energie auf London. So... Von jedem irgendwo ist... Okay, ich speichere nochmal... Und... Los geht's! Ein Minecraft-Roller. Den schaffen wir auf jeden Fall. So... Gibt's irgendwas? Nein. Machen wir doch mal... Ein Leiter. So... Wo sind wir da? Ring. Ring der Gewanntheit. Können wir vielleicht... Auf jeden Fall noch... Gebrauchen. So... Die Nebenhülle... Ist gesäubert. Fockel nehmen wir mit. Das passiert mir nicht nochmal. Und schauen wir... In die Onda. So hinten... Gibt's anscheinend noch dritte. Gebrauchen. 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 So... One Minecraft-Roller. So... War ein relativ leichter Sieg. Keinmehle. Wie bezieht ihr euch? Wollst. Wie soll das nicht machen? Du bist doch nicht. Gar. Sorry... Aber... Du sind. Wie solltet ihr euch sein? Wie solltet ihr euch sein? So, der hängt fest, ganz feinend. So, man muss eben auf die Tour. Oh, no, no. Ich glaube, das war doch das, wo wir vorher runtergestürzt sind. So, mehr gibt es da anscheinend nicht. Dann bleibt noch ein Eingang übrig. Jetzt haben wir eine neue Waffe gefunden. So, unsere aktuelle Waffe, das Kampfschwert hat Schaden 33. Und der Steinbrecher hat Schaden 37. Dann nehmen wir doch den Steinbrecher. Jetzt klumpen, brauchen wir nicht. Das ist wieder fleißig Gemüse für uns. Das ist wieder fleißig Gemüse für uns. So, was macht der da? Nix. Für Gomez, ja, ja. Was weißt du über meinen Crawler? Anscheinend war es ja nix. So. Da war Leiter. Und da ist der Weg. Gehen wir den Weg. So. Dann machen wir wieder Leiter. Dann machen wir Tor. So. 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 So.